willkommen zu einer neuen folge pokémon go bzw ja willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke beziehungsweise einer neuen folge pokémon go ich weiß gar nicht ob man sagen kann dass das eine folge pokémon go ist vielleicht theoretisch hat es irgendwo was mit pokémon go zu tun aber eigentlich geht es um viel mehr aber eigentlich doch um pokémon go ich weiß nicht wie ich das keine ahnung ist ein komisches thema ich weiß nicht wie ich wie ich das wie ich das erklären soll wie ich das rüberbringen soll sabrina hat diesen schritt schon gewagt sie hat sich schon länger dafür entschieden ist damit an die öffentlichkeit und ich habe die ganze zeit mit mir gekämpft ich habe gedacht ich mache es auch dann war ich wieder unsicher ich weiß nicht ich höre immer auf ich höre immer auf die stimmen in mir die sagen mache es die stimmen der zuschauer die manchmal sagen mache es oder mache es nicht ich weiß nicht es ist schon öfters als thema aufgekommen es wird keine ahnung es ist was ist das hier überhaupt ne guck guck dir mal an hier was ist ich habe ich habe hier ein schönes hintergrund bild her um eine gemütliche romantische stimmung einzuleuten das ist übrigens hier ein gläschen mit eivarpaste und hier ein brötchen frisch mit eivarpaste richtig lecker ne ich möchte hier meinen bildschirm auch einblenden denn den brauche ich jetzt jetzt müsst ihr stark sein zur geistigen unterstützung habe ich hier auch noch ein gläschen eivarpaste das übrigens im netto erwerbbar das ist das das gläschen eivarpaste von ditmann was ich damals mir immer gegönnt habe und natürlich das scharfe original serbisch mazedonischer rezeptur aber um was geht es überhaupt sabrina spielt und rams ist der dicke wie gesagt sabrina hat sich dazu entschieden hat das getan ich habe die ganze zeit überlegt ob ich es auch tue und auch wenn es mir schwer fällt und manche das vielleicht kacke finden oder nicht verstehen manche die ganze zeit nur darauf warten dass es passiert möchte ich jetzt ich möchte es einfach tun für den kanal für die zukunft für euch für mich für sonst was ich werde sabrina folgen werde es ihr gleich tun und werde meinen werde meinen account umbenennen hey ramses du dämliches stück sabrina war die ganze zeit auch bekannt unter dem namen steinzeug hat also pokémon gespielt als steinzeug und manche leute wussten dann nicht äh steinzeug was ist denn steinzeug keine ahnung sie hat immer gesagt steinzeug ist mein name steinzeug bleibt mein name äh sabrina spielt ja ist mein youtube account oder so aber steinzeug ist mein pokémon account er wird auch so bleiben und was hat sie gemacht letztens sie hat einfach ihren namen geändert im spiel auf sabrina spielt wer das noch nicht mitbekommen hat das werde ich euch hier schlüssig beweisen wenn ich da drauf gehe steht halt einfach da sabrina spielt sabrina spielt und danke sie läuft mit einem viktini heißt das teil überhaupt viktini okay sie hat immer gesagt der name wird so bleiben aber sie hat den namen geändert es heißt also nicht mehr steinzeug es heißt sabrina spielt warum soll es dann nicht statt i was scharf auch einfach ramses der dicke heißen das ist eine frage mit der ich mich schon so lange schon so ewig beschäftigt habe ich habe das schon hunderttausend mal auch erklärt die leute kommen immer an und sagen hey ramses wieso heißt dein account eigentlich i was scharf das verstehe ich nicht was ist überhaupt aiva wie bist du denn auf den namen gekommen was ist das ich muss immer wieder erklären das ist diese mazedonisch serbische äh paprika paste die man sich da aufs brot schmieren kann und so weiter manche leute kannten das dann manche leute eben nicht und mein name damals ging nicht den ich nehmen wollte da war es aber auch noch nicht ramses der dicke ne ich habe ja nicht angefangen mit dem kanal als ich pokémon gespielt habe ich habe erst pokémon gespielt und später den kanal dann war ich immer im clinch ich habe immer gedacht was mache ich denn wenn ich mich irgendwo in arena setzt keiner weiß dass ich das bin wenn ich manchmal leute ete oder sonst wie und die lesen eiferschef was ist das denn keiner weiß wer ich bin ist es nicht viel cooler wenn ihr in eure freundschaftsliste geht und da steht drin ramses der dicke bei sabrina hat es natürlich den vorteil sie begann mit dem buchstaben es und lautet immer noch es steinzeug sabrina spielt steinzeug sabrina spielt das heißt sie würde im alphabet genau an derselben stelle kommen sie würde bei euch in freundschaftsliste an derselben stelle kommen bei mir ändert das ganz viel denn alphabetisch eiferschef steht ganz oben ramses der dicke steht irgendwo ganz unten das also misst wer das nicht mitkriegt der sie dann was eiferschef ist weg wieso hat er mich denn gelöscht und das kriegt dann keiner mit dass ich nur meinen namen umbenannt habe und ich habe ewig damit gerungen ich möchte es aber trotzdem machen ich weiß gar nicht ob es überhaupt funktioniert einfach für den kanal für das drumherum für alles ich möchte wirklich ramses der dicke heißen damit es jeder weiß nicht was ja ich frage mich was die leute jetzt zum beispiel gedacht haben wofür dieses video ist oder was sie aus dem titel heraus gelesen haben oder was sie sich dafür gedanken gemacht haben zur erinnerung an die schöne zeit mit eiver habe ich eben dieses 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 gläschen eiver paste noch mal eingeblendet habe diesen schönen hintergrund noch mal eingeblendet guckt euch das an die gute alte eiver paste aber damit ist es ja nicht vorbei ich meine selbst wenn ich den großen den eiver scharf um benenne ich habe ja trotzdem noch den eiver mild account ich habe den eiver pikant account ich habe den eiver soft account ich habe den eiver kids account das sind ja alles noch eiver accounts alles in gelb das war natürlich cool das war ja auch der kritikpunkt es ist eine ganze reihe die zusammengehört die ganzen gelben zusammengehörig eiver scharf mild soft pikant kids und super sani super sani hat nicht in die reihe gepasst bubsi hätte sich eiver poops nennen müssen eiver nein eiver bitch ne zack das wäre doch lustig ist eiver bitch nicht irgendeinen ausdruck für ich weiß es nicht auf jeden fall das tanzt ja schon ein bisschen aus der reihe die roten haben auch keine sechs zugehörigen namen da ist der michaels eiers da ist der fetti krüger da ist der jason form keats die drei bekannten massenmörder aber die anderen drei roten heißen komplett anders das sind ja nicht dass die sechs roten einheitlich irgendwie benannt sind die blauen ist alles querbeet durch da gibt es überhaupt keinen zusammenhang warum sollen also die gelben einen zusammenhang haben klar war es lustig diese familie zu haben aber vielleicht kann man auch eine neue familie aufbauen vielleicht kann man auch machen rams ist der dicke dann ein rams ist kitchen account ein rams ist review account ein rams ist zu go account dass ich einfach eine neue familie ranzüchte angefangen eben mit mit rams ist der dicke jetzt muss ich mal gucken wo das überhaupt hier geht und ich weiß nicht ob es den namen überhaupt gibt oder ob der name vergeben ist wir gehen einfach mal auf spitznamen ändern möchtest du deinen spitznamen ändern ja möchte ich ich bin jetzt selber gespannt sabrina hat es getan obwohl sie immer gesagt hat der name bleibt ich möchte es jetzt auch tun ich hoffe danach finden die leute mich noch rams ist der dicke möchtest du so genannt werden ich glaube das video muss ich morgen als allererstes gleich hochladen also heute also es ist 1 uhr 35 grad ich habe nichts besseres zu tun als so dumme videos aufzunehmen bist du sicher dass du rams ist der dicke genannt werden möchtest ich meine wer nennt sich so niemand ich drücke einfach drauf wenn ich das jetzt tue dann ist es dann gibt es kein steinzeug und kein eivers schaf mehr dann gibt es sabrina spielt und rams ist der dicke versteht ihr das ist kein clickbait das ist kein fake das ist kein irgendwas es ist genau der inhalt des videos als titel also kommt mir nicht an mit hier du du schlawiner du hast uns in das licht geführt es ist sabrina spielt und rams ist der dicke vergesst steinzeug vergesst alverschaf es ist rams ist der dicke wir drücken drauf doch wie oft wollen die denn noch fragen bist du sicher dass du rams ist der dicke genannt werden möchtest niemand möchte so heißen bist du sicher die machen mich unsicher ich drücke noch mal drauf ja wollen die mich verarschen und jetzt steht der name nicht mehr zur verfügung rams ist der dicke jetzt habe ich alles komplett für umsonst gemacht oder was ja und wie kann ich es noch machen dass das passt wollen die mich verarschen eigentlich rams ist der dicke ich nenne mich jetzt einfach mit x das machen doch die meisten x rams ist der dicke x ist das sinnvoll bist du sicher dass du null rams ist der dicke genannt werden möchtest die null ist doch total beschränkt oder wer packt denn eine null vorne dran ja bist du sicher im endeffekt ist ja eh schon vergeben null rams ist der dicke wenn ihr mich sucht drückt auf die null dann wisst ihr bescheid du heißt jetzt null rams ist der dicke uuuuuh guck dir das an rams ist der dicke mit einer null null ich glaube das ist das sinnloseste was ich je gemacht habe was habt ihr für vorschläge wie hätte ich mich nennen können statt eiver scharf wenn ich rams ist der dicke heißen will aber rams ist der dicke nicht verfügbar ist hätte ich ein x davor machen sollen es sieht komisch aus wenn x rams ist der dicke man macht ja xx oder man macht null null aber dann ist es wieder zu lang soll ich eine 1 hin machen 1 rams ist der dicke 9 rams ist der dicke a rams ist der dicke z rams ist der dicke ich weiß es nicht was soll man denn nehmen was soll man denn hinschreiben habt ihr eine bessere idee vielleicht kann ich den namen ja auch nochmal ändern ich wollte es jetzt einfach so mal probieren auf der anderen seite habt ihr noch vorschläge wie die anderen gelben accounts noch genannt werden können wie gesagt eiver scharf eiver mild eiver soft eiver bekannt eiver kids die gibt es ja nicht mehr diese familie lasst uns eine rams ist armee aufbauen rams ist der dicke das original rams ist review rams ist kitchen rams ist hate blog rams ist rams ist challenge rams ist keine ahnung rams ist to go klingt auch irgendwie lustig dann sind die ja schon weg was habt ihr für ideen nennt mir mal sechs schreibt mal sechs namen in die kommentare die irgendwie sinnvoll wären um eine rams ist armee man kann ja auch einfach nur rams ist armee zack rams ist arme und rams ist beine das ist doch auch ja das ist schwachsinn wer nicht wer armee falsch schreibt schreibt rams ist arme ja jetzt heiße ich auf jeden fall rams ist der dicke warum gibt es den namen schon das kann doch nicht sein sabrina spielt gab es auch nicht schon und die hat doch hat die alles zusammen und hat dann groß und hat dann klein hätte es einen unterschied gemacht wenn ich alles klein schreibe sabrina spielt großes es großes es wieso gibt es nur eine sabrina spielt aber mehrere mehrere ramsige dicke das verstehe ich nicht auf jeden fall weiß jetzt keiner mehr wer ich bin ich bin rams ist der dicke das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin erst mal das eiver glas weg packen erst mal bildschirm aus habt ihr schon mal eiver gegessen schreibt es mal in die kommentare das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer rams ist euer eiver scharf jetzt begrüße ich euch immer mit hallo euer eiver und dann fliegt auch keiner mehr durch bis world bis ab bis now los bis Vielen Dank.